Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Schulze-Pals, für diesen, ich sag mal, Ball auf den Elfmeterpunkt. Ich will es versuchen, ihn reinzumachen und Franz insofern wieder zu mir glanz zu verhelfen. Implizit sozusagen im Rahmen meiner Ausführungen, in denen ich Ihnen kurz erläutern möchte, welche Rolle die Michael-Otto-Stiftung hat, welches Selbstverständnis wir in diesem Prozess haben und warum wir uns hier in diesem Sinne für Biodiversität im Dialogkreis Biodiversität und Landwirtschaft so stark engagieren. Dieser Dialogkreis besteht ja aus ganz unterschiedlichen Personen und Institutionen. Insgesamt sind über 30 verschiedene Akteure hier miteinander versammelt, um im Rahmen einer Plattform einen konstruktiven und konkreten Dialog für Biodiversität in der Landwirtschaft zu führen und zu Ergebnissen zu kommen. Wir freuen uns, dass wir eben als Koordinatoren, Moderatoren, Initiatoren, Mitinitiatoren dieses Dialogkreises eben auch die Deutsche Vernetzungsstelle für den ländlichen Raum und eben auch vor allen Dingen den Deutschen Bauernverband mit als Veranstalter für diese Veranstaltung hier heute gewinnen konnten. Ich freue mich besonders auch darüber, dass es gelungen ist, hier so großes Interesse zu werden. So hochrangige Persönlichkeiten für das Programm zu gewinnen und ich bin gespannt auf den heutigen Tag. Der Gegenstand, den es hier heute zu besprechen und zu diskutieren gilt, lässt allerdings eher wenig Raum für Freude. Wir sprechen über Biodiversität im agrarischen Raum und wir sprechen davon, dass alle Indikatoren darauf hinweisen, dass es um diese Biodiversität zunehmend schlecht, ja sogar sehr schlecht bestellt ist. In dieser Situation ist natürlich die Frage von hoher Relevanz, was ist Ursache für diese Situation und was kann dagegen getan werden. Ebenso relevant ist natürlich die Frage, wer hat welche Verantwortung und wie kann er diese Verantwortung wahrnehmen, wie kann er dieser Verantwortung gerecht werden. Nun ist es aus meiner Erfahrung jedenfalls nicht ganz ungewöhnlich, dass bei einer solchen komplexen von hoher gesellschaftspolitischer Relevanz bedingten Frage nicht jeder, der einen Beitrag leisten kann oder vielleicht auch einen Beitrag leisten muss, sich auch gleich freiwillig meldet. Es ist vielmehr nicht ungewöhnlich, dass in solchen Fällen zunächst einmal immer erst auf den anderen gezeigt wird, der doch nun bitteschön dafür sorgen sollte, dass dem Beklagten Umstand abgeholfen wird. Mir kommt es so vor, so halten wir es seit langer und mit Verlaub seit viel zu langer Zeit auch mit dem Thema der Artenvielfalt im agrarischen Raum. Aber es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Wir wissen es gemeinsam, es besteht dringender Handlungsbedarf. Herr Schulze-Palz, Sie haben es gesagt, ich vertrete hier die Michael-Otto-Stiftung für Umweltschutz. Diese von dem Unternehmer Michael-Otto 1993 gegründete Stiftung hatte sich zur Aufgabe gemacht, ihre besondere Position dafür zu nutzen, zwischen unterschiedlichen Positionen und unterschiedlichen Akteursgruppen in der Diskussion um Umwelt- und Naturschutz in Deutschland Brücken zu schlagen. Die Eigenart ihres Charakters, nämlich aus einem unternehmerischen Umfeld heraus gegründet zu sein und das von einer Persönlichkeit, die über die Wirtschaft hinaus in der Gesellschaft über große Reputation und Respekt verfügt, gibt ihr, der Michael-Otto-Stiftung, die Möglichkeit, glaubwürdig eine gewisse Neutralität zu wahren. Eine Neutralität zwischen wirtschaftlichen und ökologischen Interessen. Jedenfalls möchten wir unsere Rolle so verstanden wissen. Allerdings nicht, indem wir dem Missverständnis Raum geben würden, dass uns etwa der Umweltschutz nicht sehr nachdrücklich und vor allen Dingen am Herzen liegt. Ich selber, auch das wurde gesagt, bin neben meiner Rolle in der Michael-Otto-Stiftung seit fast 30 Jahren für das Thema Nachhaltigkeit in dem internationalen Handels- und Dienstleistungskonzern tätig, der den Namen der Unternehmerfamilie Otto trägt. Mit seinen 13 Milliarden Euro Umsatz und 60.000 Mitarbeitern ist der Konzern ein Akteur, der in der Wirtschaft und in der Gesellschaft wahrgenommen wird, der, was die gesellschaftliche Verantwortung anbelangt, entsprechend in die Pflicht genommen wird, der sich nicht verstecken kann. Diese Sicht auf die Unternehmensgruppe ist durch das Agieren von Michael Otto als Homopolitikus im Sinne eines auf Nachhaltigkeit drängenden Unternehmers und einer auf Nachhaltigkeit hin sich orientierenden wirtschaftsweise sicherlich noch geschärft worden. Aber warum erzähle ich Ihnen das? Ich erzähle es Ihnen, weil ich es gewohnt bin, in dieser Rolle als Vertreter des Konzerns mich darüber auseinanderzusetzen, welche Verantwortung wir als Unternehmen haben, welche Verantwortung die Politik hat und welche die sonstigen gesellschaftlichen Kräfte. Dabei sitze ich als Vertreter der Wirtschaft meistens zunächst auf der Anklagebank. Ob es nun um Sozialstandards in der Textilindustrie in Bangladesch oder um den Raubbau an tropischen Wäldern für die Möbelindustrie in Indonesien geht, zunächst heißt es immer an die Wirtschaft gewandt, das ist euer Problem, das müsst ihr lösen. Es geht uns mit unserer weltweit vernetzten Wirtschaft und mit unseren weltweit vernetzten Wertschöpfungsketten also ähnlich, wie es den Landwirten in Deutschland geht. Sie sollen Schuld daran sein, dass durch die Art ihres Wirtschaftens, dass durch die Landnutzung, die sie praktizieren, Feldlerche und Feldhase in Deutschland womöglich bald keine Heimat mehr haben. Aber so einfach ist das ja nicht. Natürlich muss jedes Unternehmen und muss sich auch jeder Landwirt fragen lassen, ob er die bestehenden Spielräume, die ihm im Rahmen des Systems zur Verfügung stehen, um Umwelt und Nachhaltigkeit zu unterstützen, optimal ausnutzt. Wir wissen, dass diese Spielräume nur begrenzt sind, weil der Markt Nachhaltigkeit, von einigen Ausnahmen abgesehen, nicht honoriert. Aber es gibt sie. Und ehrlich gesagt, irgendetwas geht immer. Und ich denke, diese Spielräume, so gut es geht, auszunutzen, ist von jedem, der Landwirtschaft oder einer anderen Art des Wirtschaftens betreibt, mit Blick auf die Größe der Aufgabe, die vor uns liegt, wirklich nicht zu viel verlangt. Um diese Spielräume noch besser auszuloten und Methoden zu entwickeln, diese optimal effizient zu nutzen, hat die Michael-Otto-Stiftung das bereits erwähnte, gemeinsam mit dem Bauernverband entwickelte Projekt Franz auf den Weg gebracht. Franz steht für Ressourcenschutz, Agrarwirtschaft und Naturschutz mit Zukunft. Und es geht hierbei darum, in den kommenden zehn Jahren, das ist eine relativ langfristige Festlegung, anhand von zehn Demonstrationsbetrieben, die die Agrarstruktur in Deutschland gut repräsentieren, zu erforschen und zu erproben, was diese Spielräume unter einer konventionellen, gewinnorientierten Bewirtschaftung an Biodiversitätsmaßnahmen hergeben. Dabei stehen wir nicht allein. Auch das wurde bereits gesagt. Es gibt weitere Initiativen in Deutschland, die jetzt gestartet sind, um Wege zu mehr Biodiversität in der Agrarlandschaft aufzuzeigen. Das Thema bekommt Gott sei Dank Konjunktur. Aber mit Blick auf die stark rückläufigen Zahlen im Bestand vieler der bei uns heimischen Arten dürfen wir nicht annehmen, dass es damit getan sein wird, die Spülräume besser auszuleuchten und auszunutzen, die das bestehende System hergeben. Es wird deutlich mehr Anstrengungen nötig sein, um die Biodiversität im Agrarsektor zu erhalten. Und hier kommen andere Akteure ins Spiel. Ganz sicherlich die Politik. Es muss ein Rahmen geschaffen werden, der es den Landwirten auch erlaubt, das Notwendige zum Halt der Biodiversität zu tun, ohne persönliche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen, ohne im Wettbewerb zurückzufallen und womöglich wirtschaftlichen Schaden zu nehmen. Hier steht der Politik hier ein großes Portfolio an Möglichkeiten zur Verfügung, von der Schaffung finanzieller Anreize und Förderungen bis hin zum Ordnungsrecht. Wir wissen aber auch, wie schwer es ist, dieses im Widerstreit der Interessen auszuhandeln und auf europäische Ebene durchzusetzen, um es zu einem stringenten, konstruktiven Handlungsrahmen fortzuentwickeln. Ein Handlungsrahmen, der dem Landwirt als Unternehmer auch noch den Spielraum lässt für unternehmerisches, eigenverantwortliches Handeln und das kein bürokratisches Monster wird. Für diese zentrale Aufgabe braucht die Politik gesellschaftspolitische Unterstützung. Sie muss sich legitimieren. Schließlich geht es ja auch um sehr viel Geld, das der Steuerzahler auf dem Tisch legen muss. Und hier sind auch die gesellschaftlichen Akteure aus der Zivilgesellschaft gefragt, ihren konstruktiven Beitrag zu leisten. Natürlich ist es wichtig, bestimmte Probleme plakativ darzustellen, sie zuzuspitzen, in die politische Auseinandersetzung klar Farbe zu bringen, klar Farbe zu bekennen. Genauso wichtig aber ist es, zu versuchen, die Menschen mitzunehmen und konkrete Perspektiven aufzuzeigen. Wenn ich auf unser heutiges Programm schaue und sehe, welchen großen Zuspruch wir bei der Gestaltung des Programms gefunden haben, bei hohen Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft und aus Naturschutz, denen ich an dieser Stelle auch selbst noch einmal sehr herzlich danken möchte, vor allem aber auch, wenn ich das große Interesse sehe, was hier heute sich im Raum durch die Teilnehmerzahl manifestiert, aber vor allen Dingen, wie ich jetzt auch gehört habe, ja gestern bei diesem Workshop sich sehr stark gezeigt hat, ich habe also ganz ausgesprochen positive Berichte gehört bis jetzt, dann habe ich das Gefühl, dass wir diesbezüglich auf einem guten, allemal auf einem sehr viel besseren Weg sind. Aber es ist noch viel zu tun, um über den kritischen Diskurs, das Ringen um den richtigen Weg und dem Ausgleichen unterschiedlicher Interessen zu dem Ergebnis zu kommen, das dabei hilft, dass Feldlerche und Feldhase auch in Zukunft in Deutschland eine Heimat haben. In diesem Sinne richte ich mich an Sie alle mit der Bitte, den Weg zu mehr Biodiversität in der Agrarlandschaft konstruktiv und lösungsorientiert mitzugestalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.